Moin moin ihr Lumpen. Ja, ich habe vor assig langer Zeit euch mal das Utopia vorgestellt von Bastards Knives. Und werksmäßig sind ja diese wirklich tausendprozentig verarbeiteten Carbonscales, Carbonschalen. Wir sind da werksseitig mit drauf. Und da habe ich dann damals den Manuel schon mal angeschrieben gehabt. Manuel ist quasi die deutsche Stimme von Bastards Knives. Gibt es da auch mal irgendwas anderes für. Und damals sagte er mir schon, ja es wird noch ein bisschen dauern. Aber die Planung sieht so aus, dass wohl für sämtliche Modelle von Bastards Knives auch mal so Custom Griffschalen gefertigt werden. Und vor einiger Zeit hatte ich in meinem Postordner eine Nachricht von Manuel. Und er sagte, du pass auf, es ist soweit. Es gibt für das Utopia jetzt Mikata Griffschalen. Und ich sage, ja geil, her damit. Und dauert nicht lange, da waren sie auch schon auf dem Messer montiert. Und wie ich finde, wirklich gelungen. Für meinen Geschmack ist es genau richtig. Diese Carbon Griffschalen ist halt, ja passt hundertprozentig zum doch sehr modernen technischen Look des Messers. Aber Carbon ist irgendwie nicht so ganz meins. Auch wenn ich mich doch eine Zeit damit angefreundet habe, muss ich zugeben. War schon auf dem Punkt gewesen, nee, eigentlich passt das. Aber mit den Mikata Schalen, dass ich die drauf gemacht habe, das hat mir doch so um einiges besser gefallen. Denn so wie ich finde, räumen die so ein bisschen bei diesem, ja doch sehr technisch anmutenden Design ein bisschen auf. Bringen da so ein bisschen Ruhe rein. Denn, ja, die Klingform, die ist ja so ein bisschen außergewöhnlich. Da mit dem Titan und dann, ja, der Griff hat ja auch eine etwas andere Form. Eine sehr praktische Form, muss ich zugeben. Lässt sich wirklich sehr gut handhaben. Ähm, ja, aber die Mikatas Schalen, die, ja, die hauen da so wieder so ein bisschen was Klassisches rein, ne. Ich sag mal, die Griffform, die ist ja ähnlich den alten Navacas angelehnt. Obwohl, ja, Navaca ist Quatsch, Navaca heißt ja eigentlich nur Taschenmesser. Aber diese typischen spanischen Taschenmesser halt. Die sind ja auch so leicht gebogen und das gefällt mir einfach richtig gut. Und es ist halt wirklich designmäßig ein Zusammenschluss aus vielen Sachen. Es ist praktikabel, es macht Spaß. Und jetzt mit den Mikata Griffschalen. Boah, seht selbst. Also wenn die auch so ein bisschen auf was Klassisches steht. Äh, diese braunen Mikata Griffschalen. Von Weitem können die auch fast so schönes dunkles Holz sein, nicht wahr? Das ist ja, die passen einfach richtig gut dazu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein, so ein, so ein Naturkanvas, also so ähnlich wie bei Isula und Co. drauf ist. Das würde hier auch richtig gut drauf passen. Ähm, ja, ich glaube, da sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Da sind die Jungs von Bastards Nice, ähm, glaube ich, relativ locker und offen für alles Mögliche. Ähm, brauchen wir wahrscheinlich nur anschreiben und dann wird da irgendwas Mögliche gemacht. Gehe ich mal einfach von aus, äh, hat die Erfahrung nach dem Geschreibe mit Bastards Nice irgendwie so ergeben, dass ich das glaube. Haha. So, äh, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Äh, ich hab viel Freude damit, äh, wort meine Freude immer nur mit euch teilen. Äh, das hab ich hiermit erledigt. Ich wünsch euch was. Bis dann. Munter bleiben. Äh, das ist ja das viel Chemien. Aber nun, wir schauen uns jetzt mal aus. Vielen Dank.